Hey, heute wollte ich wieder ein neues Produkt empfehlen. Ich habe heute Frederik von Sascha Krammel. Also das ist nicht der von ihm genau, sondern ich habe den Bravado bestellt. Der ist ziemlich cool, der sieht auch cool aus. Man kann sogar seine Mitz abmachen. Hier ist das Schild. Hast du auch einen Pillover, da kannst du so eine Arme reinstecken. Ja. Also ich benutze ihn sehr oft. Also es macht mir echt Spaß. Und ich würde sagen, man sollte so das ausprobieren. Also abonniert meinen Kanal und kauft euch das unbedingt. Hat auch nur 40 Euro gekauft. Okay, tschüss. 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 Hey, kauf mich bei www.bravado.de Tschüss. 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 Vielen Dank.